das ist das fünfte video was ich heute drehe und deswegen habe ich einfach kein lustiges intro mehr damit müsst ihr jetzt einfach leben sorry hey linem und willkommen zurück auf meinem kanal ja es ist zeit ein bisschen tea zu spüren ja ich habe vom drama detective merch gekauft nein ist nicht gesponsert nein ich habe keinen affiliate code kein rabatt code kein gar nichts warum eigentlich nicht unico ich müsste mit ihm dort mal drüber sprechen ich habe mir diese drama queen tasse gekauft und wie man sieht habe ich sie heute schon ausgiebig genutzt und weil ich schon drei tassen tee getrunken habe aus diesen petten habe ich beschlossen ich ziehe mir stattdessen meinen tee pulli an können wir darüber reden wie geil dieser hoodie von hinten ist ich hoffe ihr könnt es jetzt sehen das ist einfach eine tarot karte mit drama detective und tee in der hand ich habe größe xl gekauft wie gesagt von meinem eigenen geld bezahlt er ist unfassbar flauschig ich habe ihn noch nicht gewaschen ich habe ihn gestern abend gekriegt aber ich habe jetzt beschlossen da ich den ganzen tag nur am schreibtisch sitze ich friedige ganze zeit ich ziehe ihn jetzt einfach an ich lasse auf jeden fall den link unten schaut an unico an dieser stelle ist auf jeden fall sehr sehr geiles merch ich mag auch dass die ärmel so lang sind i love it aber damit das intro nicht zu lang wird let's go mit dem video dies hier wird der versprochene anti hall in die brand edition denn ich finde es immer ein bisschen schade dass in den anti hauls natürlich die ganzen großen make up launches von den ganz großen make up brands immer am meisten besprochen werden und ich habe deswegen letztes mal gefragt ob ihr lust habt ein in die brand edition sozusagen zu haben in die brand sind brands die eben keinen so unfassbar großen globalen partner haben zum beispiel neu gegründet worden sind oder einfach eben noch nicht so bekannt sind wie auch immer und in die brand finde ich deswegen spannend weil die ganz oft ein richtig tolles preis leistungsverhältnis haben als allererstes fällt mir dazu natürlich meides cosmetics ein von denen habe ich ja auch schon ganz viele produkte ausprobiert und war sehr begeistert von vielen sachen lasst euch die review dazu auf jeden fall unten in der infobox genauso wie mein link zu meinem instagram falls ihr mir da noch nicht folgt tut das gerne für mehr tägliches chaos und so weiter und so fort auch dort wird täglich von mir was hochgeladen es wird ein bisschen tieges bild und so weiter und so fort und mostly seht ihr mein chaos innerlich und äußerlich aber i mean i mean if you're up for that please please come by you know lassen aber da wie auch immer kleine disclaimer bei diesen anti hauls videos ist es leider immer nötig dass ich immer sage liebe gabi liebe gundula liebe karen und alle anderen das ist nur meine persönliche meinung ich spreche über bestimmte brands und über bestimmte produktlouches aus meiner sicht als jemand der sehr viel make up zum beispiel schon hat und als jemand der sich mit der make up branche auch ein gutes stück weit auskennt ich rede in den anti hauls auch darüber wie sehr zum beispiel color pop oder sonstige andere brands aktuell die launches krass raus pushen über consumerism kapitalismus ein stück weit das wird jetzt in der indy brands edition nicht so krass sein weil indy brands es sich nicht leisten können so viel auf einmal hintereinander rauszuhauen wenn ihr also ein produkt hier drin von mir als schlecht bewertet wahrnehmt das euch aber gefällt dann please don't feel offended und lasst mir keinen hate kommentar da you do you we can agree to disagree es ist für mich völlig in ordnung wenn ihr eine andere meinung habt schreibt mir auch gerne in die kommentare solange ihr respektvoll bleibt macht ja keinen sinn wenn wir uns gegenseitig die köpfe einschlagen für eine meinung die eben nur mal das ist was sie ist eine meinung und ja damit das intro nicht noch länger wird würde ich mal sagen wir fangen mit dem ersten produkt an und das ist eins da freue ich mich unglaublich drüber denn ich hatte ja gerade schon meides cosmetics erwähnt meides cosmetics ist von rosio seya bzw rosio cervantes heißt ja eigentlich mit gegründet worden das ist die queen of rainbow eyes falls ihr euch noch erinnern könnt und die haben eine schwester marke drench cosmetics und drench cosmetics ist jetzt in collaboration mit meiner freundin ariel mona mit einem pigment rausgekommen ich habe euch ariels looks ja schon ein paar mal gezeigt gerade ihre colorful series fand ich so 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 gut einfach nur um zu showcasen dass auch schwarze menschen natürlich bunte farben sehr gut tragen können sie sah stunning in einem aus und ich freue mich so sehr für sie dass sie mit so einer coolen brand zusammenarbeitet wie gesagt sie sind mit einem pigment rausgekommen das ist allerdings eher ein pigment hybrid kann man sagen es heißt sollei und es hat einen grün goldenen schiff sehr sehr interessant also sieht so ein bisschen aus wie so altes gold beziehungsweise grün mit einem goldenen schimmer je nachdem wie der lichteinfall ist und man kann es natürlich als ganz einfachen pigment wie ein lidschatten zum beispiel zu benutzen man kann es natürlich auch wenn man es mit einer lösung verflüssigt als liner benutzen was auch sehr sehr schön aussieht und man kann es natürlich auch wenn man möchte zum beispiel in ein lipgloss mit reinmischen als auch in sonstige flüssigkeiten wenn man das möchte drench cosmetics ist cruelty free das heißt da müsst ihr euch keine sorgen machen wenn ihr tiefer suchs frei produkte nur supportet ich selber habe direkt zwei davon bestellt und auch ein paar andere produkte von drench weil ich finde dass die sehr sehr coole produkte auf jeden fall haben ich fand zum beispiel die foaming lashes die sie haben fand ich ein paar sehr schön das habe ich mir jetzt auch noch mit bestellt zusammen weil ich ariel natürlich auch unterstützen wollte mit ihrem soleil pigment als auch ein von den hyper brow augenbrauen stiften weil ich finde die sahen sehr sehr spannend aus und die sind auch direkt mit sechs farben raus gekommen was für so eine kleine brand richtig richtig krass ist ich habe das produkt leider noch nicht hier deswegen kann ich es euch nicht direkt zeigen aber wenn es hier ankommt wird es auf jeden fall ein video dazu geben mit anderen produkten im test natürlich zusammen und dann verlose ich auch eins davon an euch herzlichen glückwunsch an meine freundin ariel an dieser stelle und schaut an drench cosmetics schaut super gerne vorbei ich lasse euch den link unten und ich finde auf jeden fall haben die sehr sehr coole sachen die man sich auf jeden fall mal anschauen kann natürlich ist es eine seite die aus der usa verschippt das heißt shipment als auch zollkosten kommen leider auf euch zu aber die preise sind ähnlich wie bei meides wirklich sehr in ordnung meiner meinung nach vor allen dingen für die qualität die sie bieten deswegen freue ich mich sehr darauf das auszuprobieren als nächstes kommen wir zu der brand kaleidos und kaleidos ist mit einer ganzen collection rausgekommen die allein schon deswegen meine aufmerksamkeit bekommen hat weil ihr wisst ich mag alles was in so bordeaux rote und lila ne töne geht und ja also diese collection sieht einfach wunder wunderschön aus wenn man sie einmal hier im ganzen sieht kaleidos ist eine brand die aktuell wirklich ein bisschen von sich sprechen macht was ich sehr sehr cool finde es ist eine asian owned brand die in shangai ihre heimat hat und das finde ich besonders spannend denn sie sind angeblich cruelty free und vegan wie das funktionieren soll mit der non cruelty free policy die china eigentlich hat also mainland china zumindest finde ich sehr spannend ich nehme das allerdings jetzt erstmal als solches hin sie machen global shipping das heißt man kann auch in deutschland das bestellen und sie sind aus zwei gründen mir aufgefallen erstmal natürlich wegen der wunderschönen collection als auch weil sie eben aus shanghai kommen denn fun fact von den jahren 1999 bis 2001 habe ich in china gelebt nämlich in shanghai weil mein vater dort einen job hatte meine familie mitgezogen ist er nur zwei jahre gelebt und es ist ein wirklich eine faszinierende kultur ganz tolle menschen und das hat mir sehr viel gegeben dass auch eine stadt die ich definitiv noch mal wieder besuchen möchte davon mal ab muss ich aber auch sagen dass einfach die aufmachung dieser collection wunder wunderschön ist diese collection heißt die apple collection und es gibt sie als bandel auf der kaleidos make up website und zwar kann man einmal das komplett große bandel kaufen in dem dann alle 16 lippenstift farben mit drin sind im moment das sind doch acht doch doch in denen alle 16 lippenstift farben mit drin sind auf der kaleidos website kann man sie in bundles kaufen und zwar kann man für 133 dollar und 40 cent oder 70 cent oder irgendwie so sieben cent sorry alle 16 farben mit denen sie rausgekommen sind kaufen das sind nämlich keine eyeshadow paletten wie man zuerst denken würde sondern es sind kleine lipstick boxen das heißt man hat sozusagen immer so einen bestimmten film da drin und dann kann man sich nach thema aussuchen was einem am besten gefällt es gibt also von einem new set bis zu einem sehr dunklen set in dem zum beispiel auch ein schwarz und ein wunderschönes lila mit drin ist alle möglichen verschiedenen farben man kann sich das als vor collection set quasi auch kaufen denn ist auch die lippenmaske mit drin denn es dreht sich alles um die lippen in dieser collection und die lippenmaske ist zum beispiel in zwei verschiedenen versionen vorhanden einmal gibt sie mit agave und einmal gibt sie als sogenannten apple glaze ihr kennt das ja bestimmt diese kandierten äpfel genau in dem sinne ist das packaging gemacht worden außerdem kann man auch den kaleidos fan dazu bestellen und wenn man möchte auch so eine kleine collectors box dann kriegt man das ganze als pr paket so wie es rausgeschickt worden ist sie sind natürlich auch jeweils als einzelstücke bestellbar das heißt wenn man eine einzelne farbe haben möchte muss man nicht die ganze collection kaufen man kann sie aber auch in vierer boxen kaufen so dass man sozusagen diese nude collection hat oder nur diese sehr dunkle collection ich finde dass das packaging sehr sehr cool ist also für eine indie brand auf jeden fall auch sehr aufwendig denn man darf nicht vergessen aufwendiges packaging ist mit einer der größten kostenfaktoren in der produktion von make up hat hat die zum beispiel auch erzählt als es um diese stempel ging die sie hat für ihre bronzer und ihre highlighter die sind halt custom made und das kostet halt einfach schon unfassbar viel geld ich finde dass die farben wirklich wunderschön aussehen ich habe sehr gutes auch darüber gehört sowohl über die lippenprodukte als auch das was sie sonst haben zum beispiel wurde die flower punk palette immer sehr hoch gelobt ich finde es sieht auf jeden fall sehr interessant aus so eine flower punk palette kostet dann 30 euro das heißt ich finde die sind in einem ganz guten preis range auf jeden fall auch mit drin vom style her erinnert mich zumindest die flower punk palette ein bisschen an mad cosmetics also auch vom inhalt her aber sehr sehr interessante farben also dieses mintgrün ist sehr schön es gibt auch noch solche 6er paletten die man auch einzeln oder in bundles eben kaufen kann wenn man das möchte und da sind auch auf jeden fall sehr interessante shades mit drin falls ihr davon schon mal was ausprobiert habt und oder jemanden kennt der zum beispiel eine review dazu gemacht hat dann schreibt mir das sehr gerne in die kommentare ich finde es auf jeden fall spannend ich glaube theresa is dead hat die flower punk palette gekauft und fand die sehr sehr gut wenn ich mich richtig erinnere aber correct me if i'm wrong please also kaleidos make up auf jeden fall sehr spannend werde ich weiter im auge behalten als nächstes kommt sugarpill mit einer neuen palette raus ich muss sagen ich und sugarpills lidschatten paletten sind ja keine freunde geworden denn janine vom kanal bei janine mag die sugarpill paletten unglaublich gerne gerade diese capsule collection und für mich hat das ja gar nicht funktioniert und ich kann bis heute nicht sagen woran es liegt jedenfalls sind sie jetzt mit einer neuen make up palette rausgekommen ich zeige sie euch gleich als allererstes ein paar worte noch zu sugarpill sie sind zwar nicht mehr so richtig in die brand in dem sinne dass sie schon sehr viele follower haben sie sind in dem sinne aber in die brand dass ich immer das gefühl habe dass sie früher extrem gehypt worden sind für ihre single shadows weil die sehr teure aber riesengroße single shadows hatten mit damals unfassbar guter qualität also pigmentierung war sehr hoch aber es ist schon ein bisschen finde ich wie nischen make up also das soll das nicht runter reden sondern es kommt mir einfach vor wie make up das nicht für jeden auch gemacht ist gegründet ist das worden von amy dohan auch bekannt als schrinko falls sie sie noch nicht kennt ist sie ist founder of sugarpill cosmetics sie ist eine vietnamesische cosplayerin so beschreibt sie sich zumindest selber und macht immer super super krasse looks und ich finde das was ihre essens sozusagen ist und wie ihre looks sind das findet sich auch in ihrem packaging als auch in den ganzen farben die sie in ihren produkten hat immer wieder und diese collection die jetzt rausgekommen ist beziehungsweise diese palette jetzt ist eine 9 pan palette und das eine typische rainbow palette passt also super gut zu sugarpill vorne drauf ist so wie so eine minecraft katze oder sonstiges auf jeden fall sehr süß ist eine mini color palette und ist am ersten september gelauncht das heißt die gibt es auch schon falls sie sie kaufen wollt sugarpill gibt es bei purish allerdings haben sie leider noch nicht diese palette und soweit ich weiß bekommen sie die auch nicht rein man kann sie also aktuell nur über sugarpill.com bestellen es gab sie eine ganze zeit lang auf beautybay.com aber ich habe sie jetzt gerade noch mal nachgeschaut und da gibt es nur noch die brandseite aber keine produkte mehr das heißt die werden das so rausgenommen haben ich suche gerade mal ob ich es noch irgendwo anders finden kann auch beautylish führt sie aktuell und dort gibt es auch diese fun size palette die kostet 30 us dollar beautylish hat ein sehr sehr schnelles shipping system kostet aber halt eben extra weil es eben aus den usa eben erst eingefahren werden muss ich frage mich ein bisschen warum sie wieder eine so unfassbar bunte palette gemacht haben auch wenn das natürlich irgendwie zu ihrem vibe passt haben sie ja die ganzen capsule collection paletten und da sind eigentlich auch überall sehr bunte farben drin gewesen meiner meinung nach was man allerdings sagen muss ist dass sugarpill immer in richtung ungewöhnliches tendiert also es ist so eine rainbow palette aber eine rainbow palette die irgendwie auch noch einen sehr besonderen vibe hat meiner meinung nach also da ist zum beispiel so ein eher khaki farbenes grün mit drin dann ist das peach was da ist es halt sieht so aus wie so ein bisschen pastell peach sage ich jetzt mal also es ist alles nicht ganz so krass rainbow poppy wie man das vielleicht sonst kennt und für die leute die sugarpill gerne mögen wäre das vielleicht eine palette die sie haben wollen ich persönlich bin mit meiner carnival 3 palette als auch jetzt mit der carnival 4 von stacy marie mua zusammen mit be perfect cosmetics absolut zufrieden und habe genügend bunte farben bis an den rest meines lebens das heißt für mich ist das definitiv ein pass von me on that außerdem mochte ich halt wirklich die lidschatten qualität mochte ich nicht war nicht meins wirklich war nicht meins dann haben wir hier noch eine ganz besondere collection und zwar von besame cosmetics von denen hatte ich tatsächlich vorher auch nichts gehört aber sie haben wirklich für einen kleinen trubel gesorgt in der make-up welt mit der collection die sie gedroppt haben denn sie haben eine make-up collection mit disney gedroppt und haben da limited edition items rausgebracht die wirklich so wunderschön sind also es sind welche von cinderella dabei es war mulan dabei es war keine ahnung 2000 stück auf jeden fall dabei ich lasse ihr euch nebenbei durchlaufen und die sind in einem so besonderen packaging weil es eben limited edition ist das heißt pro prinzessin kam immer ein set raus in dem zwei produkte mit drin sind und zwar einmal ein matching lipstick zusammen mit einem highlighter der eben zu einer bestimmten prinzessin gehört und es gab 12 verschiedene prinzessin die insgesamt rausgekommen sind das ist die ultimate princess celebration collection und ich finde ganz ehrlich da ist ein unfassbar hoher preis auf nämlich 125 dollar das muss man halt auch erst mal haben aber es ist eben auch definitiv ein sammlerstück und in umso kleineren chargen man make up produzieren lässt umso teurer wird es im endverkauf sein das ist in diesem fall auf jeden fall der in diesem fall auf jeden fall der fall okay gut gutes gespräch auf jeden fall auch besame cosmetics ist cruelty free und sie sind so generell ein bisschen auch so old school und auch so pin up oder 20s gemacht finde ich sehr cool wie sie ihre brand aufgezogen haben also auch die anderen produkte sind sehr interessant und natürlich sind solche collectors editions immer besonders teuer aber man muss dazu auch sagen man hat dann eins von 500 die es auf der welt gibt und ich glaube für sammler also gerade menschen die disney absolut lieben oder bis eine bestimmte disney princess total lieben kann das ein richtig richtig tolles collector edit sein wäre für mich so ein ding würde ich nicht kaufen weil ich kaufe make up um es zu benutzen aber schön sieht es auf jeden fall aus und ich glaube so man kann es dann sicherlich auch sehr teuer weiterverkaufen ich muss sagen dass ich zum beispiel die cinderella edition gar nicht so hübsch finde also es ist hübsch aber es gibt halt auch noch zum beispiel das set von mulan was ich wunder wunderschön finde dass du an diese chinesische malerei angelehnt ist das von ariel hat auch einen super schönen compact finde ich also sie haben sich wirklich sehr viel mühe damit gegeben und man sieht die liebe zum detail und dafür bezahlt man natürlich dann auch einen gewissen preis für mich nichtsdestotrotz definitiv ein pass for me on that zumindest was diese collection angeht aber generell finde ich dass die produkte wirklich sehr süß verpackt sind und auch irgendwie kommt die sehr adorable rüber diese brand ich kann euch ja gerne mal den link zur instagram seite da lassen dann könnt ihr mir in die kommentare schreiben ob ihr versteht was ich meine also sie haben irgendwie sowas super fröhlich freundliches irgendwie mit diesem 20s twist ich finde es auf jeden fall ganz nice und ja trotzdem pass for me on that für die princess collection aber sehr sehr spannende teile alle brands die ich bis jetzt erwähnt habe waren welche die ich tatsächlich selber auch schon kannte über andere produkte diese brand allerdings kannte ich noch vorher noch gar nicht und zwar ist das tower 28 sagt euch auch nichts okay gut das beruhigt mich auf jeden fall falls doch please don't yell at me sie sind vegan und cruelty free in l.a. gebast und werden zum beispiel auch in sephora vertrieben und in cold beauty wenn man sie aus deutschland bestellen möchte die cold beauty gehört ja zu großbritannien das heißt da muss man auch einfuhr und so weiter bezahlen weil die ja nicht mehr zur eu gehören brexit ist das und so weiter aber falls es bestellen möchte könnt ihr das auf jeden fall machen im deutschen zuvor gibt es tower 28 auf jeden fall noch nicht ich habe gerade mal eben nachgeschaut aber wenn es das im us-amerikanischen sephora gibt kann es auch sein dass sie mal nach deutschland kommen sie haben auf jeden fall was rausgebracht was ich sehr spannend finde und zwar haben sie einen tint rausgebracht also eine sehr sehr sheer foundation aber mit einem twist denn es ist kein tinted foundation balm sozusagen sondern es ist sunscreen also spf der tinted ist das heißt er ist extra darauf ausgelegt eure haut zu schützen ohne dass ihr dann noch ein zusätzliches produkt für zum beispiel make up also als foundation mit drauf machen sollt das finde ich persönlich ein ziemlich spannendes konzept macht eigentlich auch sinn so was mal zu machen natürlich ist auch hier immer wieder das problem ja es mag ein spf sein und ja der spf ist auch 30 was ja schon mal nicht schlecht ist obwohl man meistens lieber 50 tragen sollte aber davon mal ab aber trägt man davon so viel auf wie man müsste damit man auch den deklarierten sonnenschutz bekommt wahrscheinlich nicht wenn man allerdings dezidiert einen sonnenschutz kauf der eben tinted ist glaube ich dass man noch eher darauf achten würde eine bestimmte menge aufzutragen die frage ist nur sieht das dann cakey aus obwohl es eigentlich sozusagen eine sheer coverage hat ich weiß es nicht sie sind insgesamt mit 14 shades rausgekommen und das ist für eine indy brand auf jeden fall schon mal einiges ich bin ja immer jemand der sehr stark an shade ranges rummeckert wenn ich einen guten grund dafür finde bei indy brands mag ich da eher noch ein auge zudrücken und ich finde auch dass diese shade range wirklich sehr gut und sehr ausgewogen ist also wir haben wirklich eine sehr sehr dunkle farbe wir haben auch eine sehr 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 helle farbe und dazwischen eben gut verteilt sozusagen zwei sehr sehr helle dann zwei helle dann zwei light dann und so weiter und so fort und ich finde einfach dass das eine shade range ist die man bei einer indy brand auch erwarten kann die gleichzeitig aber eben auch sehr gut verteilt ist und das muss man einfach auch anerkennen wenn man sieht für mich ist das nichts denn ihr wisst ich bin auf jeden fall kein light coverage foundation girl ich mag meins mindestens medium coverage also full coverage ist mir meistens so viel aber so medium medium plus das ist so mein ding so wie die catrice id und die nabla skin realist dazu lasse ich die links auch gerne unten und dementsprechend das wäre glaube ich irgendwie nicht so mein ding aber ich wollte es auf jeden fall erwähnt haben denn an dieser stelle können wir mal sehen eine marke wie tau 28 die wirklich glaube ich niemand kennt von uns hier in deutschland zumindest und das soll nicht shady sein sondern einfach wirklich etwas ist da habe ich auch noch nie jemanden drüber sprechen hören versus eine marke wie gucci die dann mit angeblich sechs shades auf den markt kommt und dann nachher 22 draus macht mit einer räuligen shade range die nur miss piggy irgendwie helfen würde falls ihr meinen letzten antihall nicht gesehen habt gebt euch das gerne wenn ihr mich gerne renten hört denn wow that was that was that was something und deswegen i applaud indie brands denn die machen das what needs to be done and we love to see it außerdem ist tower 28 auch schon mit lipglossen rausgekommen die sind auch sehr schön finde ich von der shade range also falls ihr davon etwas bestellen möchtet die haben nicht nur diesen spf der tinted ist sondern sie haben auch noch andere produkte und da kann man sich auf jeden fall mal schön durchklicken und ein bisschen durchstöbern als nächstes kommen wir zu wein goss und wein goss würde ich immer noch sagen ist eine in die brand denn es gibt sie aktuell nur in einer einzigen retailer und zwar bei beautylish also wein goss hat glaube ich auch seine eigene website hat er eine eigene website moment i will investigate tatsächlich nicht wein goss ist ein beauty make up artist also professional make up artist der auch einen youtube kanal hat super sympathischer kerl auch ein sehr hübscher kerl kann man wirklich gut angucken muss man wirklich mal sagen der ist 43 jahre alt und seit über 20 jahren im make up game professionally zu hause das heißt er sehr viele celebrities auch schon ein wunderschönes gesicht gezaubert und hat dann irgendwann gesagt er möchte in die entwicklung von guten produkten investieren er hat angefangen mit seiner marke mit brushes und ich weiß dass maren vom kanal voll an t auf jeden fall wayne goss brushes sich gekauft hat und die sehr 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 gut fand und generell habe ich da nur sehr positive sachen drüber gehört sie sind sehr teuer denn sie sind per hand hergestellt in japan und die pinselkunst in japan ist wirklich eine die ihresgleichen sucht in der welt deswegen sind sie auch sehr sehr teuer aber sie sollen auch unfassbar gut sein und er ist ja nun mit ein paar anderen produkten auch schon rausgekommen zu allererst hatte er lippenstifte lipliner und lipgloss und ich muss sagen ich bin immer noch ein bisschen horny auf diese produkte weil ich finde dass sie sehr sehr schön aussehen ich weiß auch dass maren als auch janine glaube ich als auch lisa ein paar von denen gekauft haben ausprobiert haben und absolut begeistert von der qualität waren ich überlege immer noch ob ich mir davon mal was bestellen aber ich habe so viele sachen die ich erst ausprobieren und er ist auf jeden fall jetzt mit einer neuen collection rausgekommen wenn man zu sagen will er hat nämlich eine sechser palette rausgebracht beziehungsweise bringt sie raus wenn ihr das video seht in zwei tagen nämlich am fünften oktober und die ist so ein burgunder gold traum also da könnte ich mich reinsetzt ich finde die so schön und das ist so bescheuert denn da sind fünf shimmer shades mit drin beziehungsweise vier shimmer shades ein metallic und ein matt nur und ich liebe ja eigentlich wenn eine palette mehr matte shades als shimmer shades hat weil ich mit mehr matten shades hier in der crease zum beispiel arbeite auf der anderen seite habe ich auch schon so viele lidschatten paletten das ist eigentlich auch völlig egal ist wenn da nur schimmer drin wären weil ich kann ja noch tausend sachen in die ich auch noch reingreifen kann das sind ja absolut meine farben kann ich euch nicht anders sagen also wirklich wunder wunderschön diese burgundi töne das packaging ist sehr sehr sleek ich finde dass es von außen im compact genauso aussieht wie von hati die hati zu schmidt labs bronzer moment wenn ihr einmal das packaging hier in dem compact von hati zusammen vergleicht mit dem von wayne goss die sehen sich schon sehr ähnlich wäre spannend zu wissen ob sie tatsächlich in gleichem labor vielleicht auch hergestellt werden ich weiß dass hatte in einem sehr sehr hochwertigen labor produzieren lässt beziehungsweise fabrik produzieren lässt in italien das muss man sich halt auch erst mal leisten können wo sehr viele andere große brands auch produzieren ich kann mir gut vorstellen dass wayne goss da vielleicht auch ist und ich finde es auch schön dass sie zum beispiel kein großes tamtam um die fändchen irgendwie oder sowas beim lidschatten gemacht haben sondern die lidschatten fändchen richtig groß gehalten haben es ist ein großer spiegel mit drin den man gut benutzen kann gleichzeitig ist es aber auch travel size und ja was soll ich sagen also die sind die farben it's the colors for me leute ursprünglich sollte diese collection eigentlich schon draußen sein aber leider gab es einen tragischen todesfall in der youtube community gerade der beauty community mel thompson ist leider urplötzlich verstorben ich lasse euch den link auf jeden fall zu instagram noch dazu dem instagram post in dem noch einiges dazu steht wayne goss war ein sehr guter freund von ihr und hat dann darum gebeten den launch noch um eine woche nach hinten zu schieben damit er zeit hat um eben zu trauern und das kann ich absolut nachvollziehen ich finde sehr cool dass beautylist da auch mitgemacht hat denn es kostet sehr viel geld ein launch zu verschieben wenn alles schon eigentlich vorbereitet ist für ein bestimmtes datum ich finde das aber genau das richtige was er gemacht hat und dafür zoll ich ihm auf jeden fall meinen größten respekt dass da das persönliche auf einem höheren prioritätslevel gehalten wird als eben das berufliche und natürlich auch geld was damit zu tun hat die paletten die er vorher in der größe rausgebracht hat haben jeweils 55 dollar gekostet das heißt ich gehe mal davon aus die hat dasselbe format dass sie ebenfalls 55 dollar kostet kann man halt jetzt wie gesagt noch nicht sehen und dann kam da noch ein kohl kajal set zu mit zwei farben die unfassbar gut auch eben zu dieser palette dazu passen ein sehr schönes dunkles shimmery golden brown und ein wunderschönes burgundy und wenn die gibt es im zweier set für 28 dollar das heißt pro stück müssten die dann eigentlichen wert von ungefähr 14 dollar haben auch die anderen sachen von wangos wie zum beispiel seine bronzing paletten als auch seine lippenstifte als auch die pinsel und so weiter und sofort auch die russ sets der hat die gibt es alle bei beautylist und ja also mein jetzt geht auf jeden fall an alle angehörigen zuschauer innen und freunde von mel thompson raus falls sie sie gerne geschaut haben zu mir wirklich leid es ist ein absoluter verlust für diese beauty community ich habe sie selten geguckt aber ich habe sie gerne geguckt und es ist einfach jemand gewesen der so viel positive ausstrahlung hatte und immer so ehrlich mit einem umgegangen ist ja man sieht einfach dass in der ganzen beauty community gerade um sie getrauert wird das ist immer schon testimonial dafür was für ein besonderer mensch jemand ist wenn es so viele menschen gibt deren leben von ihrem tod beeinflusst wird das ist jetzt ein etwas trauriges ende sozusagen dieses anti hauls aber ich finde das auch wichtig dass wir über sowas an dieser stelle sprechen ich hätte eigentlich noch eine collection aber ich glaube wir können jetzt auch einfach feueramt machen schreibt mir super gerne in die kommentare wie es euch gefallen hat außerdem welche anderen in die brands ihr vielleicht noch gut findet oder welche in die brands ihr von mir gerne beurteilt sehen möchte folgt mir super gerne auf instagram denn ich werde demnächst mal danach fragen welche launches ich besprechen soll also ich werde euch als zuschauerinnen entscheiden lassen welchen neuen launch ich im anti haul gerne auseinander nehmen darf ich hoffe das video hat euch spaß gemacht auch wenn es auf einem more serious note quasi geendet ist und ich fand es sehr cool mir neue brands kleinere brands und so weiter mal anzugucken es wird auch noch eine german beauty make up industry cosmetic lines edition quasi geben indem ich mich besonders mit kleinen deutschen brands nochmal befassen und euch da auch noch ein paar tipps gebe falls ihr deutsche brands habt die ich eventuell noch gar nicht kenne schreibt mir auch die gerne in die kommentare damit ich sie entdecken kann denn mit eurer hilfe und euren tipps habe ich manchmal schon echt so kleine versteckte schätzchen gefunden deswegen vielen dank dass ihr bei diesem video mit dabei war es noch nicht getan hat lasst dem video gerne einen daumen nach oben oder dem daumen gerne ein video nach oben da so wie es euch lieber gefällt abonniert auch so wenn ihr gerne den kontakt sprechen kann ich auch nicht mehr abonniert super gerne auch den kanal um eins der anderen 700 videos die ich heute noch drehen wird zu sehen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder schönen sonntag euch